. Wissen Sie mal, als ich hier hochgeklettert bin? Ey! Hatte ich eine Schiene auf. Ja, stimmt. Da musst du auch aufpassen. Nicht nur durch die Kamera gucken, oder? Komm. So. Ich glaube, der Aufstieg hat sich gelohnt. Jetzt darf sie nicht runterfallen. Das ist richtig. Das sieht voll demig aus mit dem Hut. Das muss die ganze Welt nicht sehen. Du doch. Ah, geil. Guck mal da unten. Das ist total aufgewölbelter Sand. Was ist das denn? Hä? Wir machen gerade ein Video. Ich habe Angst. Das ist ganz schön hoch, oder? Ich hab heelschen. Na eigentlicheinig. Ja, genau. Das ist ganz schön hoch. Das ist richtig. Ja. So. Ei, ich hab, wie du das mal nenntest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020